Hallo ihr Lieben, heute nehme ich euch mal mit auf die Galoppstrecke, die wir in Olsen besucht haben. Das heißt, wir sind eine ganze Weile durch die wunderschöne Hüneburger Heide geritten und dann auf einem anderen Geländeplatz angekommen, auf dem wir eine ganz tolle Rundbahn nutzen durften. Eine Runde waren 400 Meter, zwei Runden mussten gedreht werden und ja, dann haben wir die Strecke erstmal abgeritten, wie ihr jetzt gerade seht. Und ich melde mich gleich wieder, lasst es mal auf euch wirken, weil es war echt schön da. Soak my skin, I've spent too long behind my window, scared to cheat, but this is real. Soak my skin, what it feels like, but nothing left to lose, nothing left to lose. So let it pour, flood the floor so I can start again tonight. Oh, yesterday is washed away, I've never seen the heavens so bright. I can't keep the rain from coming down, I've tried to explain away what I'm feeling now. Won't be the one who never tried. So open up the sky, open up the sky, open up the sky. So open up the sky, let it pour, let it pour. I won't be the one who never tried. So open up the sky, let it pour. Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Ja, so schnell sind zwei Runden vorbei. Ich hoffe, euch ist da oben nicht schwindig geworden, beziehungsweise mir da oben ist nicht schwindig geworden, aber ich hoffe, euch vom Bildschirm halt auch nicht. Danke fürs Zuschauen. Wenn ihr wollt, lasst auch ein Like oder ein Abo da.